Die Mannschaft, um Superstars Dimo Roll, hat eine große Medaille zu feiern. Gegen Hongkong musste Dimo Roll im letzten Einzelnen wirklich alles geben. Er lag zurück, er holte auf, er ging aus und er gewann sein Spiel. Voll der Matchball zum Gewinner der Medaille. Alles gerade war es anstrengend und erfolgreich. Jetzt sind wir eigentlich vor, dass es vorbei ist, weil jetzt sind wir alle müde und erschöpft. Jetzt können wir auch ein bisschen feiern. Wie liegt die Obtschauer, was der Schläger am Kilo Roll macht? So prima wäre aber die Richterstelle Sport. Und nachher kommen sie auch noch hier zu uns im Studio. Nicht mal für Spiel und Platz 3, das kleine Finale hat es für die deutschen Hockeydaben gereicht. Sie haben nach einer enttäuschenden Vorruppe heute nur den Sieg. Sie haben nachher kommen.